hey leute und wir haben noch vergessen alles alles zu vorzustellen also das tut uns echt leid aber naja wir also und das alles was ihr schon in youtube gesehen habt das sind die teile aber jetzt tun wir es erst mal präsentieren also und ihr wisst doch nicht wer wer ist aber in manchen videos haben wir auch noch nicht gesprochen und bitte schaut uns schaut euch die videos an denn noch niemand hat jemand unsere videos angeschaut ja ja danke darf ich jetzt reden okay ja und naja und in body poke heiße ich sarah und also das ist jetzt die präsentation habe ich schon gesagt ich bin am reden naja also und vielleicht naja gefällt euch auch die videos also wir hoffen wir sind nicht so leute die wir gerade beeindruckt werden und so also niemand niemand will mal unsere videos liken obwohl wir haben schon ein abonnent aber ich habe mich nur aber ich wir haben uns nur am ipad abonniert eigentlich hat niemand uns da abonniert also und amiga jetzt kannst du reden okay also und vielleicht können wir euch ein ein getan hit vorspielen ja das wäre doch eine tolle idee aber äh hey amelia die gitarren haben kein ton mehr stimmt ja eigentlich haben unsere gitarren keinen ton mehr also können wir euch keinen kleinen song song vorspielen wir können doch einfach ohne singen nein das wäre doch vor scheiße äh wieso na weil wir doch na weil wir doch weil wir doch Melodie brauchen um zu singen mhm also und das war die präsentation wir wollten das alles nur präsentieren also macht's gut Bis zum nächsten Mal.